Ja das stimmt nicht. Die ist eine kleine. Meine Gedanken habe ich. Ich bin am Stylen. Ich bin meiner. Sie ist nicht deine. Sie ist meine. Ich habe alle. Wahrheit. Bei den Muskeln ist das ja auch klar. 42 Kilo pro Hantel 21 Kilo. Ja exakt. Ja. Wenn du mal gesagt haben. Was erwartest du hier drin, wenn du hier reinkommst? Ja. Ich sage ich bin ein Dahn. Ja. Ich bin ein Kampfkunstspezialist. Ich bin auch noch höher als das. Ich bin ein Weih. Ja. Ja. Aha. Auf die Planeten kommt es an. Ja natürlich. Ja. 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 Ein eigenes Video. Ich bin der Razor. Beat'em up. Ja. Ich bin der Große auf der Verpackung. Ich bin der Endgegner und man kann mich auch auswählen. Von Anfang an. Komplett. Wenn wir bauen. Wenn wir bauen. 1000 Promils ist das höchste was einer sein kann. Ja. Von allen Charakteren her. Ich bin auf 1000 Promils. Und der nächste auf 500 Promils. Ja. 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 Wenn du Razor nimmst. Dann ist das ja klar. Sind die Letter. Wenn du das willst. Aber ich will das. Ja. Das Razor ist die komplette. Ja. Das du gewinnst. Verstehst du. Wer Razor nimmt Gewinn. Verstehst du. Denn Razor ist der Gewinn. Razor ist der Gewinner. Verstehst du. Ja. Das Razor. 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 Sieh dir das an. Ja. 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 Ich bin der größte Streetfighter Europas. Razor. Ja. 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 Zweitens. Oh. Razor the King. Razor the King. Razor the King. Ja. 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 Das ist einfach nur ein Körpersmuck. Verstehst du. Eine ganz normale Kette. Der trägt ein Tamagotchi am Schlüsselbund. Ich trage diese Kette. Das ist mein Style. Speedfighter. Beat'em up. Ja. Wie heißt das Beat'em up? Razor. Beat'em up. Das Hoch A. Name. Wie das heißen kann. Ja. Das ist ein Wittiger im Video Games. Razor beat'em up. Ja. Ja. Da bin ich Ficken. Ja. Das wollen alle Frauen. Das ist die ganze Zeit. Hi Shawn. Hier. Verstehst du. Geht aus dem Fick. Oh. Jetzt. Guck mal. Weißt du. Was ist denn. Man muss das zwischendurch immer wieder. drehen. Ja. Konfizieren. Ja. Konfizieren. Das ist. Heißt das Konfizieren. Gut. Das ist ein Fremdwort. Ich wollte einen Geschmacken-Action. Verstehst du. Razor. Ich bestehe aus Muskeln. Schon mal gesagt. Verstehst du. Ja. Razor. Peace. Ja. Razor ist der Boss. Muscles. Verstehst du. Razor.